Und damit willkommen zurück zu Command & Conquer 3 Tiberium Dusk im Live-Let's-Play. Tacitus Interruptus erwartet uns in dieser Folge. Du bist kein Mensch. Cain mag dir vertrauen, aber ich tue es nicht. Kabal ist ein Teil von dir, aber du bist weit mehr als Kabal je war. Aber Cain braucht den Tacitus und ich bin treu und diene der Sache. Und ihm. Ich werde tun, was er verlangt. Der Tacitus sendet wieder ein Signal. Du musst das Artefakt finden. Nimm es für Cain in Besitz. Ich fürchte nur, du wirst dadurch irgendetwas... ...perverses. Kabal-Cyborg-Armee ermordete viele Unschuldige. Zum Beispiel meine Eltern. Ich bete dafür, dass ich mich in dir irre. Ich bete für uns alle. Dank ihrer einzigartigen Provenenz konnten wir den Tacitus endlich orten. Das Artefakt ist Teil eines Surkom-Konvois auf dem chinesischen Festland. Er ist zum Greifen nahe, aber es gibt Komplikationen. Uns liegen Informationen vor, dass die GDI den Tacitus auf dem Seeweg evakuieren wird. Ich muss ihnen also nicht erzählen, dass wir gegen die Marine der GDI keine Chance haben. Sie müssen die Tacitus also abfangen, bevor er sein Ziel erreicht. Greifen sie den Konvoi an, bergen sie den Tacitus und bringen sie ihn zu Cain. Der Tag der Erlösung naht. Mal gucken, wie das jetzt hier wird. Ja, 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 geh weg. Ab und zu könnten hier Orcas ankommen oder so. Dr. Jirot war mehr als kooperativ seit der Gefangennahme. Sein Wissen über Tiberium-Verflüssigung konnte unsere Technologie weitgehend verbessern zur Freude des Propheten. Cain ist zufrieden. Mehr als zufrieden. Er ist super zufrieden. Tacitus-Signal geortet. Ja, gut. Rönt. Ah. Auf jeden Fall ein paar Venom-Gleiter. Das ist wichtig. Wir müssen uns beeilen. Das ist sehr wichtig. Venom-Gleiter bereit zum abheben. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Aber ich muss den angreifen. Wir müssen uns beeilen. Damit ich... Warte mal. Wenn du von Brüder auf die Dubs nicht erreicht. Zu wenig. Schraub dir Panzer. Erfass es ziel. Schraub dir mal an. Zwei sollten reichen. Venom-Gleiter bereit zum abheben. Wo geht der denn? Ja. Verstanden. Roger. Wo geht der lang? Ja. Ja, da sind Raketen. Ja, da sind Raketen-Order bereit zum abheben. Wurde ihn hatten erfasst. Da sind Raketen-Order-Einheiten drunter. Wurde ihn hatten erfasst. Okay. Venom-Gleiter bereit zum abheben. Verstanden. Venom-Gleiter-Logen. Wir haben sie auf dem Radar. Ach, da unten nur. Der Kondor ist gesund. Wir heiß machen. Okay. Ja, jetzt davon. Verstanden. Tschüss. Venom-Gleiter bereit zum abheben. Ich fange Nachricht. Okay. Das Sokom versteckt den Tacitus in diesem Bauhof. Erobern Sie ihn. Jupp. Wird erobert. Ja. Ah. Venom-Gleiter bereit zum abheben. Okay, dann hören wir mal auf mit denen. Ja. Ist jetzt nicht so wild. Das ist absolut nicht wild. Jetzt müssen wir einfach nur ein bisschen aushalten. Und ich will dann hier nach vorne gehen und von dem Ostern verteidigen. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Ach. Ich würde ja richtig... Okay. Mal was da für den Tempel von Nordborn. Alles klar. Äh, bitte was? Die können einfach... Die können wirklich einfach über Gelände fahren. Das ist ja unfair. Das ist krass. Das ist eigentlich erforscht. Ja, ist gleichwertig. Na, weiter nach vorne. Das ist echt dezent kacke. Neue Saar-O-Position. Barhaut. Barhaut. Ja. Aber gut, es können nur die Turrets dahin. Das heißt, ich schicke mir da ein paar Venom-Sinn und das sollte ausreichen. Äh. Feindliche Einheiten in Sicht. Venom-Gleiter bereit zum Abheben. Kein Problem, guys, Skorpion. Reparatur. Was? Alter, tut weh. Venom-Gleiter bereit zum Abheben. Mancher-Division. Geht klar. Hey. Öh. Ja, komm mal her. Auf eine Katzschleuder rankommen. Oh, 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 oh. Tut tut die, tut die, danke. Venom-Gleiter bereit zum Abheben. Feindliche Einheiten in Sicht. Nein, 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 geht bei uns, geht's zurück. So, jetzt wird da einfach nur Verteidigung bauen. Alles andere ist mir egal. Verbrechende Mittel. Bau abgeschlossen. Venom-Gleiter bereit zum Abheben. Zack, zack. Ich könnte auch ganz viele Silos wieder bauen. Das muss jetzt mal alles repariert werden. Kannst auch mal da vorne hin. Genauso wie du. Wenn hier vorne die Sachen aberdet, ist mir das angenehmer als da hinten. Danke, dass du mir gesagt hast, dass das hier Flughafen gibt. Wäre vielleicht denn schlau auch welche zu bauen. Wie teuer ist denn das hier zu reparieren? Sehr teuer. So, ihr geht mal zurück. So, mal reparieren. Wird der überhaupt repariert? Ganz, ganz, ganz langsam. Ja, greift nicht den an, der schon fast tot ist. Ist okay. Die bei euch auch. Ah. Wie wär's, wenn ich... Ausbildung. Da hat drei Raketentruppen rein. Und da hat drei. Wär doch ne Idee. Feindliche Einheiten in Sicht. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Du bist halt. Mit. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Die ersten drei. Wir haben die Raketen. Die gehen da rein. Seid nur Raketenwärtertypen da. Wir haben die Raketen. In Position. Und die nächsten drei gehen. Raketen bereit. Was ist unser nächstes Ziel? Ja, komm, Geld. Wir haben die Raketen. Feindliche Einheiten in Sicht. Vorherz. Wir gehen da rein. Da nisten wir uns ein. Ah, ein Obelisk noch zu bauen. Ja, komm. Obelisken sind gut. Ganz genau. Die kommen dann irgendwo mit welchen Grenadieren und schießen wir hier alle rein. Weg. Toll. Genau das meinte ich. Nur haben die standardmäßig da irgendwie... Digital Grenade. Dankeschön. Standardmäßig einfach noch ein Grenadier drin. Was ist das Kacke? Der Kacke. Oh. Wir haben die Raketen. Deine Trupps sind also nicht schön. Schieß doch alles, was dich bewegt. Sieht sicher aus. Ausbildung. Die Bruderschaft vertraut mir. Ist doch schön, dass sie dir vertraut. Wir haben die Raketen. Gut, ihr könnt einen Flammtruppen bei dem drin haben. Wie lautet der Plan? Geht klar. Wir haben die Raketen. War hier nicht noch einer Feuer? Mit Position. Schlagen wir los. Wir haben die Raketen. Irgendwas hatte ich hier noch reparieren lassen, aber ich habe keine Ahnung mehr. Was ist unser nächstes Ziel? Haltet die Augen noch. Einheit wird angegriffen. Einheit verloben. Ja, genau das meine ich. Warten wir da drin. Genau das. Feindliche Einheiten in Sicht. Ungeeigneter Bauplatz. Gut, dann ignoriere ich die halt eben so. Da kommen aber wieder nach vorne. Ja, wir suchen wir es. Lasst sie nicht rankommen! Und zwar hinten hier lang. Wachst du. Einheit wird an. Sicherung. Unterstützt und wird angegriffen. Wir sind die Zukunft. Ein neuer Bauplatz. Ja, ein neuer Bauplatz. Oh, ich sehe nichts. Oh, das ist kaputt. Sehr schön. Feindliche Einheiten in Sicht. Ungeeigneter Bauplatz. Da kommen jetzt wieder ein paar. Bau. Bau abgeschlossen. OLED Heavy Tanks. Die sind okay. Unterstützpunkt wird angegriffen. Ich bräuchte Strom. Bau abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Einheit befördert. Einheit befördert. Bau aus. Ich brauche dann die Beberium Silos. Bau abgeschlossen. Jetzt war klar, dass er tot ist. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in Sicht. Neue Bauoption. Einheit befördert. Scheiße, ich wollte die gerade rausschicken. Egal. Äh. Geldverlust. Aber naja. Was soll ich jetzt machen? Da kann ich jetzt so nichts machen. Effektiver, wenn ich das mache. Oh, die kommen ganz schön seitlich. Okay, das ist nicht schön. Bau aus. Bau aus. Bau aus. Alles ruhig. Na klar. Feindliche Einheiten in Sicht. Naja, seid ruhig in meiner Basis. Viel Spaß damit. Könnte eh nichts anfangen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Aber dass sie jetzt von der Seite aus kam, damit habe ich jetzt nicht... Hätte ich mitrechnen müssen, an sich. Wie gesagt, hat Spaß da hinten. Bau abgeschlossen. Auf zu den Kristallen. Geh doch da ab, er abgeben. Tiberium macht die Dösung. Feindliche Einheiten auf sich. Und du gibst dort ab. Oder auch da. Ich glaube, das ist vom Weg her zwar jetzt ein bisschen ineffizient, aber dann wird das Feld nicht ganz so schnell abgeerntet. Bau abgeschlossen. Das heißt also, es wächst schneller nach, als es hoffentlich dann abgeerntet wird. Was dann auch hilfreich sein könnte. So, dann will ich noch einen und dann kann ich, äh, damit die ganzen Tiberium-Silos bauen. Man kann sich ja auch richtig, richtig, richtig schön Zeit lassen. Ihr wisst, was das heißt. Bau abgeschlossen. Ich werde das hier, äh, ne? Rausschneiden. Rausschneiden. Henry. Wir warten. Ratschneiden. Und dann. Untertitelung des ZDF, 2020 Hi, uh, wie geht das? Er würde Upgraded Arnhem an, Framestorm Proof Armor und hier würde er da kriegen Optics, Flying Rain, Stats, Camouflage und Stats Detection System. Ich will beides mal angucken. Oder kann ich beides Upgraden? Ich bezweifle es irgendwie. Allein nur eins. Frostmourant. Waffen initialisiert. Avatar bereit. Ich will gucken. Unterschiede. Von der Reichweite her. Hm. Improved Optics. Irgendwie ja nicht. Dann mache ich die Warmax. Avatar bereit. Ich wüsste jetzt nicht, was da gegen Warmax spricht. Wir kämpfen für Nutt! Schön, dass du für Nutt kämpfst. Aber ich kann jetzt mal das hier einsetzen. Den der Strom hier wegnehmen. Und das da wegnehmen. Dann kann ich hier theoretisch irgendwo einen Juk einsetzen. Stealth-Panzer-Einsatz bereit. Avatar bereit. Ach komm. Ich weiß, was schön ist. Aurora-Pakete gestartet. Weil ich dich nicht mag. Einheit wird angegriffen. Ja, bumm. Ja, was, was? Oh, das macht auch Schaden über Zeit. Okay, das ist super. Diese grüne Wolke. Okay. Ja, dieser Grenadiet-Trupps tun echt weh. Einfach nur mal Spaß haben. Aber es kann auch sein, dass er vorher abgeschossen wird. Aber ich bezweifle es irgendwie. Ja, schade. Schade, schade. Er wird auch nicht da hinkommen. Ah, weg mit denen. Schöner Energieausfall. So, dann geht er da oben hin. Ah. Er ist nach oben. Er geht raus. Und er geht nach oben. Nichts. Würde ich jetzt auch mal so behaupten. Ausbildung. Avatar bereit. Die Bruderschaft vertraut mir. Carry all unterwegs. Feindliche Basis in Sicht. Einheit für Nu. Stealth-Panzereinsatz bereit. Wow. Ich weiß nicht woran, aber ich hab's verloren. Kampfsystem all right. Einheit wird angegriffen. Avatar bereit. Betriebsverlust. Das ist die einzige Unsichtbare. Aber wird nicht so angenehm war, die direkt zu upgraden, als dass ich noch eine Einheit ausbilden müsste. Fand ich immer sehr nervig. Könnte auch durch einfach noch reinlaufen. Feindliche Einheiten in Sicht. Avatar bereit. Waffen-Panzer-Einsatz bereit. Feinheit befördert. So, wir haben sie fertig. Einheit wird angegriffen. Ziel beben. Bonus-Ziel erreicht. Feindlich. Avatar bereit. Ich war klar, dass sie nicht kaputt gehen. Stealth-Panzer-Einsatz bereit. Oh Gott, die Basis ist so schön Schrott. Jetzt haben sie kein Sch- Einheit verloren. Oder wird das geträgert durch ein Skript. Kann auch sein. Dafür wurden wir ausgehoben. Wir haben sie auf dem Radar. Verstanden. Einheit wird angegriffen. Okay. Okay. Bin gleich dort. Na klar. See you, baby. Und jetzt verbrennen wir alle. Ja, super. Ich bin bewegt. Ich hab da Arschkater, oder? Okay, die schweben. Ich hab keine Arschkater. Nevermind. Wir bringen euch hin. Ich hätte auch daran denken können. Verstanden. Einheit gesetzt. Einheit gesetzt. Armerkar bereit. Stealth-Panzer-Einsatz bereit. Betriebsneider. Räumen wir auf. Na, wo bist du? Flug-Einheit da bist du? Mehrer mich zielen. Ich werde den Bauhof haben. Vö-Vö-Vö-Vö-Vö-Vö-Vö-Vö-Vö-Vö-Vö-Vö-Vö-Vö-Vö-Vö. Volle Energie. Einmal upgraden, bitte. Und, krass. Ja, ja, gleich. Jetzt könnte er aggressiv sein. Jetzt könnte er auch alles zerstören. Jetzt ist es egal. So, und jetzt müsste gleich hier was passieren. Wenn der Trigger noch stimmt. Interessant. Das ist eine Basis. Gut, der Trigger ist noch aktiv. Sehr schön. Ja, sorry. Bei Firestorm, das war... ...besser. Das war brutaler. Auch wenn es auch cool aussieht. Uh. Stormcaster-Fighter. Geil. Plasma-Bombs fast-recharged-slower. Bombs? Oh mein Gott. Revenger sind normal, okay. Avatar-Berein. Er ist ein. Ich bin die Angst. Erfasse Ziel. Warte still auf. Soweit ich weiß, gehen die alle da nach unten hin. Ja, umgestimmt mit den Screams. Das stimmt. Oh. Oh mein Gott. Ja gut. Das sind wirklich Bomben. Die Crystal Walker sind normal. Das ist das Mutterschiff. Das ist noch ein Bomber. Und die Reaper-Tripods sind auch normal, okay. Und das Mutterschiff ist tot. Das Mutterschiff ist auch das einzige, was wirklich sehr... ...sneaky ist, was man überhaupt nicht mitbekommt. ...und so. Ja, das Fahrzeug angestupst. Bau abgeschlossen. Sterben Panzer-Einsatz bereit. ...ungeeigneter Bauplatz. Bist du eh. Okay, alle mal rum. Und du jetzt auch. Die Säkka... Warum seid ihr kaputt? Wie kriegt ihr das hin? Durch was vorhin. Das Problem ist halt eben, dass die... ...Beschenschaden machen. Und gegen Luft habt ihr nochmal den normalen Angriff, okay. Sehr interessant. So, allesamt dagegen wird einmal. Ja, wir sind bereit. Und die bleibt mal stehen. Irgendwas gefällt mir daran nicht, dass es, äh, dass meine Eltern geschrottet werden. Warum? Ich kann nicht zulassen, dass du mit dem Trazitus verschmilzt. Du fühlst uns nicht in ein Zeitalter der Maschinen. Ich werde nicht dein Sklau sein. Ich werde nicht... Was hast du getan? Es wollte sich gegen euch wenden. Es übernahm die Kontrolle. Zweifelst du an mir? Kilian hat es getan. Ja, und jetzt ist sie tot. Aber nur, weil ich den Angriff auf Sarajevo angeordnet habe. Kilian gab den Befehl. Nein, ich bin das gewesen. Ich hatte Legion befohlen, als General Katar aufzutreten und den Prime-Tempel zu attackieren. Wieso? Weil ihr nicht erkannt habt, wie gefährlich sie war. Sie hätte euch verraten, früher oder später. Ich habe ihre Exekution angeordnet. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, dass er auch mal bei den Katzen kam. Friede durchmacht, ja. Und zack, ist sie tot. Aber guck, ey, wir haben alles. Cool. Sehr schön. Sehr schön. Gut, dann war es das mit der Folge. Vielen Dank für's Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, das so ein Like da. Und wir hören uns dann bei der Fleischwählung wieder. Bis dahin. cyberA ... Musik 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 Untertitelung. BR 2018